Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Hm. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Hm. Hm. Ja. Totes Tier. Sie rucht dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Du hast Talent. Was dachtest du denn? Wunderbar. Ich ziehe rein. Du lernst echt schnell. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Ja. Noch ein paar mehr. Gut gemacht. Drei noch. Warte, bitte. Oh, der Zähler. Bah. Ah, hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt er's eh wieder anbrennen. Ah, ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay. Gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, bitte glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss. Okay? Okay. Ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte wach. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Okay. Gehen wir. Okay. Komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, na ja. Und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay. Danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erst mal die kürzeren Routen. Du weißt schon. Um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch? Diese Savage-Starlight-Comics, die du so magst. Ja? Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, na ja. Die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Star ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja. Ich meine, er hat das schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie in Konz. Du bist witzig. Musikladen geht's laut. Da ist besser die Pferde hier. Ja. Klingt gut. Hey, Schimmer. Pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, ich seh ihn. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Äh, hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da könnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und... was jetzt? Na ja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Ach, verdammt! Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Ich bin durch! Moment! Okay. Siehst du was? Äh, ich suche. Ich suche. Oder? Upp! Okay. Äh. Na, hallo. Howdy. Vereindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Sporen. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemandem begegnen? Okay, gut. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, müsst du irgendwann einen Fehler machen, wenn's gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jessie oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Warst du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Vielleicht. Ich... Ich bin eine Ausnahme. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Ist bestimmt nur herumgeirrt. Hier lang. Alli, komm. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Stopp! So. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Joe, ich glaub, das war's. Glaub ich auch. Gut gemacht, Kleine. Ja, du auch. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Kannst du dich da durchzwingen? Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Annie! Danke. Ja. Hey, Joe. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mehr einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leidtut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich hab sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja? Ja, das haben die gesagt. Ich hab noch nie andere Immuner getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich hab sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Jussi schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Mhm. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist ne Spur. Warte doch wenigstens bis Jessie sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie. Wir wissen wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Ja. Okay. Wenn ich der Fünf folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Der Fall folgen. Nora finden? Muss ja rausquetschen, wo Abby ist. Leicht. 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 Du bist rein. Leicht. Leicht. ? Leicht.